Marion Isbert ist eine ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin. Leben Marion Isberts Karriere begann als Stürmerin beim TUS Abach, mit dem sie 1989 DK-Sekundenfinale um die deutsche Meisterschaft erreichte und Torschützenkönigin wurde. Ein Jahr später verpasste sie mit ihrer Mannschaft die Qualifikation für die neue Bundesliga. Daraufhin wechselte sie zusammen mit Jutta Nadenbach zum TSV-Siegen. Mit dem sie 1991 und 1992 deutsche Meisterin wurde und auch das Finale des DFB-Pokals erreichte. Isbert nahm am ersten offiziellen DFB-Länderspiel der Frauen überhaupt am 10. November 1982 gegen die Schweiz teil. Höhepunkt ihrer Karriere war das Halbfinale der Europameisterschaft 1989. Im Elfmeterschießen gegen Italien hielt sie zunächst drei Elfmeter. Bevor sie den entscheidenden persönlich verwandelte. 1989 und 1991 wurde sie Europameisterin. Ebenfalls 1991 nahm sie an der ersten Weltmeisterschaft teil und belegte mit ihrer Mannschaft den vierten Platz. Das kleine Finale gegen Schweden war zugleich ihr letztes Länderspiel. Sie verlor ihren Stammplatz als Torfrau in der ersten Elfe der Nationalmannschaft, für die sie 58 Länderspiele bestritt, an Silke Rottenberg. Seit Sommer 2008 trainierte Isbert verschiedene Juniorinnen-Mannschaften des Sportvereins 1936 Niederwerte. V. Aktuell ist sie in der alten Herrenmannschaft aktiv und sorgt damit für ein Novum beim Deutschen Fußballbund.